Die Ampel für Linksabbieger Richtung Miesbach zeigt grün, obwohl niemand links abbiegen möchte. Die Ampel Richtung Tegernsee zeigt rot, weil die Linksabbiegerampel im Gegenverkehr grün hat. Auch wenn keiner in Richtung Bad Tölz abbiegen möchte. Ein einsamer Linksabbieger hält hier den gesamten Verkehr auf. Und wieder zeigt die Ampel Richtung Tegernsee rot. Ohne Ende. Grundlos. Und so schaut das Ganze aus von der Gegenseite betrachtet. Der Verkehr tröpfelt. Linksabbieger haben grün. Leider sind keine anwesend. Der Gegenverkehr aus München sieht rot. Verständlich. 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 Verständlich.